Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bedwurst auf gomahd.net Wir spielen auf der Map und wir sind bei Belüden bei seinem Head hier oben das Bett wir müssen jetzt erst mal ein bisschen Bronze gammeln und falls ihr euch wundert warum die anderen nicht dabei sind ich nehme ziemlich spät auf und das ist nicht gerade der beste Zeitpunkt zum Aufnehmen ja um 22 Uhr spielen immer so viele Leute und deshalb spielen sie nicht mit ich produziere ja nur vor für den Urlaub also ich bin ja vom dritten bis zum siebten im Urlaub und deshalb ja ich gehe schon hoch ja und deshalb produziere ich im Moment vor und da habe ich ein ziemlich starkes Programm so noch ein Server und die sind Team 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 Rot direkt mal ein Team zerstören Jo das ist nice Let's get the team ready to rumble Hop go 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 Nein ach shit der hat nicht runter gehauen Fuck Ach das war doch so knapp Also wir bräuchten eine Ja das ist ein roter Gut Oh das sieht nicht gut aus Oh das sieht nicht gut aus Dann müssen wir mal kurz helfen Oh nice runter GG So jetzt bauen wir uns mal eine Schnicke Spitzhacke Dann ein bisschen Oder Und dann noch ein paar Blöcke Und dann noch ein paar Blöcke Immer her damit Ich brauch keine Spitzhacken mehr So du Herr Grün Lol alter der schmeißt mich einfach runter Willst mich auch schon Mann Was soll denn der Kack Jetzt hat der die Spitzhacken eingesammelt Gut Dann lasse ich sie halt eben weg Ach Gott Oh Mann seht ihr das denn dass da Gegner sind Die sind doch echt zu blöd oder Gut ich habe jetzt eine Spitzhacke Lol der wird hier richtig Nein der hat mich schon mal runter gehauen Alter der haut mich einfach nochmal runter Der steht vor mir und schmeißt mich einfach nach Außen auf die Seite Mann was ist das für eine Runde Welche Leute zocken so spät noch Und warum ist der Kopf der Wasser überfüllt So So Let's get Ready to rumble Boah der in der Spitzhacke Willst du dich verarschen Ah Mann Kevin Wer ist Kevin 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 Okay ich habe ein Schwert getraubt bekommen Gut Wir brauchen mal eine bessere Taktik Deshalb spiele ich lieber mit Leuten mit denen ich erzählen kann Weil das ist Ansonsten ist es so richtig blöd Weil so kann man gar nicht koordinieren Sein Team das ist so richtig unkoordiniert Top 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 Und ihr Spitzhacken Toll Freut mich dass ihr Spitzhacken gemacht habt Ihr seid ja auch schon ganz große Kinder Oh Level 2 sogar Oho Da wurde nicht gespart Team Gelb Dann helfe ich mal kurz beim Infiltrieren Team Grün Oh der fällt mal runter So kann man's auch machen So macht's da das Team Gelb So Leute ein Eisenschwert Verharscht echt Warum Warum geht der dann bitteschön von mir weg wenn er ein Eisenschwert hat Ich hab doch nicht meine Rüstung Oh man Nervt nicht Mann Ich Was soll denn das Der war immer so richtig dumm Der hätte mich doch locker gezogen Weiß wer wo mein Eisen bekommt Hm In your face bitch Alter Der hat einfach Eisenschwert Und hält sich zurück man Wie dumm ist der denn bitteschön Der hätte mich doch locker gezogen So Also er hat mich ja auch gezogen Aber Erstmal hat er sich zurückgehalten Auf den Hinschel in der Jocke So ist das recht So dann holen wir uns hier meine Einzelrüstung Ist ja egal Team Gelb hat noch einen Spieler Versuchen wir auch mal ein Bitt zu zerstören Weil es kann ja nicht so weiter gehen Das nur die anderen Leute Wetter zerstören Okay Keine Ahnung was das für ein Team ist Aber Team Grün wird Von Team Rot Infiltriert Das ist das falsche Team Da will ich jetzt hin Oh Team Grün wird Ah das ist Team Gelb Wo ist denn Team Rot Wir sind Team Rot einfach Nein natürlich WTF WTF Warum hauen wir uns eigentlich Zäh Warum hauen wir uns WTF So Jetzt Ich bräuchte mir noch ein bisschen Gold The GoldenEye Was ist das? Gamer Das ist Gelb Ach das Leute Ach das war ja mein Eisenschwert Sneaky Sneaky Okay Er kommt runter Hallo Und er hat einen Bogen Klar Kann man es auch machen Wenn er mal runter kommen würde Du weißt IP ist Rot Alter Mann Kann ja wohl nicht sein Wir brauchen Bogen in der Mitte Wir brauchen Bogen in der Mitte Wir brauchen Bogen in der Mitte Ich kann ziemlich gut englisch merke ich gerade So was ist das hier für ein Team Lass hoch okay Wenn du meinst Der Typ sneaks doch eh die ganze Zeit nur hier rum Okay Aber das Gold nehme ich noch mit Ne Der steht noch oben oder? Ah da oben steht er Komm hauen ihn weg Hau ihn weg Ich hab zu viel Gold Ich will ja nicht sterben Der hat ein Hammer Eisenschwert eh Warum geht der nicht hier runter? Was konnte es sich denn jetzt noch? Oh mein Gott Was ist das für ein Typ? Ich will hier raus Ich will hier raus I wanna go out Wie einfach jeder von dem gestetzelt wird Der hat jetzt einen Einen fetten Trank getrunken Mal gucken Oh mein Gott eh Alter ihr müsst mir schon helfen hier in der Mitte Oh ich glaube ich kann raus Ich hab 6, 7 Alter nee jeder wird von dem geschnetzelt Ich geh hier nicht raus Typ gelb endlich Oh Danke, danke, danke Das war nett Ich hab Gold Hab Gold Hab Gold Acht Gold I need Save Ich brauch Sicherheit Was? Wie killt ihr mich denn? Alter Schwede Ich hatte 8 Gold Acht Gold Acht Gold Acht Gold Ich hatte 8 Gold Mann Wir holen alles aus den Küsten weg Ja wahrscheinlich Mann Meine Fresse Das gibt's doch nicht Es lebt nur noch Team Blau Und wir haben hier übelst Eisen abgesteckt 37 Eisen Oh mein Gott Oh ein Team Oh Team Blau Jetzt holen wir uns Team Blau So Dann 7er Brust Ja gönne ich mir halt jetzt mal die ganze Ausrüstung Dann brauche ich Pflücke Und Essen Und dann noch Sophies Ah man Wurde dann auch nochmal getötet Jetzt haben wir 7 Sophies am Start Ziehen wir uns gleich einen hier rein Sortieren So Also wir brauchen unbedingt einen Bogen Hat jemand einen Bogen? Das ist ziemlich wichtig jetzt Oben Oben Okay Roter So also wo ist Bitteschön Team Blue Hier Hier ist Team Blau So So Ernsthaft Die Schafe finden noch nicht meinen Weg Ihr willst mich verarschen Mann der hat einen Bogen Oh mein Gott Wir haben die Mitte Wir bräuchten doch auch mal einen Bogen Oh Mann Was soll das? Das ist recht verarscht Wie viel Schaden der macht Das ist doch bestimmt der 13er Bogen Mann So So meine Päckchen Mann Ebi wir gestetzelt werden Wir haben doch die Mitte Oh mein Gott Oh Gott Da musst du nur ein guter Bogen geschützt dabei sein Kann das jetzt gerade sein, dass alle von unserem Team hier hinten sind? Ihr müsst schon auf die Mitte aufpassen Wehe die Mitte ist jetzt weg Wehe Ich schwöre euch das gibt Scheiße da kommt ein blauer Blue 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 is coming to us LOL Wie viel Schaden hat der denn bitteschön gemacht? Der kann kein besseres Schwert haben wie ich WTF was soll das für ein Schaden Willst du mich verarschen? Echt Oh Mann Ich renne jetzt einfach in die Mitte und hole mir Gold Scheiß drauf Echt Ich will jetzt auch mal ein Eisenschwert haben Ich renne die ganze Zeit zum Gegner und lenkst du ab Aber ich bekomme nie was Jetzt gönne ich mir auch mal was Scheiß drauf Echt So 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 Ich will aber nicht zu lange hier bleiben Zack 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 So Jetzt geh ich mal zurück Und gönn mir mal das schöne Gold Oh fuck Oh fuck Ich hab irgendwie Die Angst dass Zweierbogen bringt nichts Also hole ich mir Einserbogen Weil das bringt nicht so viel Oh geil das reicht genau noch für ein Eisenschwert Oh mein Gott wie nice Irgendwie hier mal das Irgendwie hier mal das So das Schwert rein So hier Und dann noch Einen Rüstungsteil Dann bin ich mal So ein bisschen besser ausgerüstet So 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 jetzt habe ich mal ein bisschen Ausrüstung Und die sind wieder weg Glaub ich mal Glaub ich mal Hoffe ich mal So Jetzt haben wir mal Bögen Und gescheite Schwerter Jetzt haben wir alle mal equipt Jetzt können wir die doch einfach wegfüsten Okay der läuft unten rum Okay der läuft unten rum Gut Mein Gott ich hab so viel Gold Ich geh zu hoch ey Ich hab keinen Bock alles zu verlieren 20 Gold 20 Gold 20 Gold Also das ist richtig viel Damit konnten wir uns ne Krabbi holen Aber ich leg's erstmal zurück Also mit 20 Gold da kann man was anfangen Und Boah 21 sogar Und jeder ist equipt also Sieht recht gut aus aber ich schwimme noch nicht Ich Den Sieg hier in die Auf die leichte Schulter hier nehmen Also es Können immer noch alles sich umdrehen Ah Glaub ich aber nicht Weil die werden grad Gezwonkelt Ups Hä Hä wir können die doch einfach stürmen Hä wir können die doch einfach stürmen Kommt Los 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 Schöp H Die Auf die leichte so kommt jetzt gehen wir da noch jetzt noch einen hier wo ist er hin wo ist er hin der hat sich doch hier eingebaut oder und bämm gewonnen yes nice one gg schöne runde und ich würde nur sagen das war es dann auch schon wieder für heute wie gesagt alles sofort produziert ich kann euch vielleicht auf kommentare antworten weiß noch nicht genau ob ich internet habe im urlaub ich weiß noch nicht genau ob ich das nicht machen werde also auf jeden fall schaut mal an geht vorbei tschüss